Dass wir hier mit Marcella, mit seiner bekannten Musikerin, zusammenspielen dürfen. Vor zwei Jahren durften wir das mit Marek machen, in diesem Jahr mit Marcella, ist eine tolle Freude. Wir spielen jetzt einen Song, den ich für den Vater oder die Mutter vieler Procsongs halte. Wir haben uns mal einen April von Die Purple versucht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 . . . Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018